Vorbei. Unsere letzte Festung ist zerstört. Wir werden überall gehasst und gejagt wie die Tiere. Die Götter lassen uns im Stich. Königin Julia und ihre Elfen sichern uns Hilfe zu, tun aber nichts. Die Menschheit ist zum Aussterben verurteilt. Berlin. Da, im Osten! Drachen! An die Geschütze! Bruder auf Backbord! Achtung! Feuer! Sicher die Ladung! Merlin! Merlin! Du bist in Sicherheit! Wo bin ich? Komm mit mir! Die Welt ist aus dem Gleichgewicht. Der Zirkel der Zauberer von Ebermor ist zerbrochen und seine Magier wüten auf der Erde. Nur ich, Gabriel, hüte noch den Thron des Zauberers und ich wage nicht diesen Ort zu verlassen. Du musst die Magier aufhalten, Merlin. Meistere jede der magischen Sphären. Nur ein Mensch kann die Ordnung wiederherstellen. Steh auf! Deine Mission beginnt! Bring uns das Zeitalter der Wunder zurück!